Ich lerne Deutsch. Nummer 10.821 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Respekt ist eine Grundvoraussetzung für ein friedliches und harmonisches Zusammenleben in einer Gesellschaft. Wir leben schon lange in diesem Haus. Es enthält viele Erinnerungen. Wir leben schon lange in diesem Haus. Es enthält viele Erinnerungen. Die wahre Schönheit des Lebens zeigt sich in den aktiven Momenten des Glücks. Die wahre Schönheit des Lebens zeigt sich in den aktiven Momenten des Glücks. Es gibt viele verschiedene Navigations-Apps für dein Fahrrad, mit denen du sicher navigieren kannst. Es gibt viele verschiedene Navigations-Apps für dein Fahrrad, mit denen du sicher navigieren kannst. Bilder im Schlafzimmer erzählen Geschichten und wecken Erinnerungen an besondere Momente. Bilder im Schlafzimmer erzählen Geschichten und wecken Erinnerungen an besondere Momente. Bilder im Schlafzimmer erzählen Geschichten und wecken Erinnerungen an besondere Momente. Bilder im Schlafzimmer erzählen Geschichten und wecken Erinnerungen an besondere Momente. Er hat mich genial ausgetrickst. Ich habe es zu spät gemerkt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.